Norddeutscher Rundfunk 2021 Wir sind bei 2,20 und wir können das Haus nicht halten. Der Wasserdruck hat das einfach weggesprengt und das war Ende. Vorher haben wir das Haus als Wert, das haben wir jetzt aber nicht mehr. Über der Ostsee braut sich am 19. Oktober was zusammen. Sturm aus Osten ist angesagt. Über mehrere Tage. Überall wie hier in Travemünde oder Grömitz machen Einsatzkräfte Strände und Küsten sturmfest. Auch in Flensburg sind die Menschen bereit. Verschiedene Modelle sagen schon Tage vor der Flut besonders hohe Pegelstände voraus. Der Abend vor der Flut. Wie haben Sie sich dieses Mal vorbereitet? Wir haben Schotten, wir haben Sandsäcke, 100 Stück. Wir haben alle Pumpen angelegt an die tiefsten Stellen, wie wir es immer tun. Die Fahrstühle sind gesichert. Wir haben die Rücklaufventile angemacht. Also wir haben Fenster verklebt. Wir waren noch nie so gut vorbereitet wie heute. Freitag, der Fluttag. Der Sturm drückt die Wassermassen weiter in die Flensburger Förde. Am Nachmittag steigt das Wasser immer weiter. Für manche Flensburger ist das noch Spaß. Hochwasser kennt man hier. Der Sturm nimmt schnell an Stärke zu. Wo am Vortag noch Menschen in den Strandkürben saßen, ist vom Strand in Kiel-Schilgsee nichts mehr übrig. Zahlreiche Segel und Motorboote liegen an diesem Herbstferientag noch im Olympia-Hafen, sind noch nicht an Land gebracht. Doch der Steinwall bietet kaum noch Schutz. Was keiner ahnt, es wird eine verlustreiche Nacht. In Flensburg werden die Pegelstände die historische Marke von 1904 übersteigen. Höchststand damals 2,23 Meter. Im Hotel Hafen Flensburg kämpfen Geschäftsführerin Kirsten Herrmann und ihr Team gegen das Wasser. In echt haben wir gerade, glaube ich, den nervlichen Zusammenbruch gehabt, weil wir haben das Haus verloren. Wir haben alles, was wir versucht haben zu machen. Das Wasser ist so stark, die Fensterrahmen platzen, das Wasser kommt über die Schotten. Wir sind, glaube ich, bei 2,20 und wir können das Haus nicht halten. Und es steigt weiter. Pumpen laufen und wir haben Aggregate bekommen. Ganz viele Menschen sind gekommen, haben uns Stromkabel, Schläuche, Aggregate gebracht. Und alle helfen irgendwie und wir schippen und schippen und wir wissen, wir müssen noch die nächsten acht Stunden schippen, weil das Wasser weiter drückt. Und wir versuchen einfach nur weiterzumachen, obwohl wir eigentlich schon verloren haben. Jahrhundertflut in Flensburg mit 2,27 Meter über dem mittleren Wasserstand. Der Morgen danach in Arnes. Anwohner filmen, wie stark die Schlei über die Ufer getreten ist. Die kleinste Stadt Deutschlands liegt mitten in der Schlei, war früher eine Insel. Das Hinterland durch zwei Dämme trockengelegt. Bis zur Sturmflut. Erst läuft die Flut über den Damm, dann reißt sie ein Loch rein. 60 Meter breit. Verletzt wurde hierbei niemand. Die Gemeinde hat früh genug reagiert. Die Häuser, die in dem Überflutungsbereich stehen, die waren schon evakuiert. Aber es hat für Arnes bedeutet, dass wir vollgelaufen sind. Also, dass die Wassermassen sind hier innerhalb von Minuten reingeströmt, sodass Arnes einfach unter Wasser stand. Am nächsten Tag sind einige Straßen noch immer überflutet. Das Wasser läuft nicht ab. Die beiden Häuser dahinter, auch ganz schlimm. Ganz schlimm. Da stand das so hoch im Wohnzimmer. Und bei meinem Bruder ist es so ein Stück unter der Betondecke stehen geblieben. Man hatte so viel Platz im Keller. Das Wasser war so viel. Kann man genau sehen, die Wasserlinie natürlich. Das war... Und er hat das alles abge... Mein Vater hat das ja damals auch schon klar gemacht. So mit Sperre, die Stahltür ab, mit großen Ballhölzern und Biken. Man hat mir ja hier auf der Werft gearbeitet. Wir hatten ja alle Möglichkeiten. Aber der Wasserdruck hat das einfach weggesprengt. Und das war Ende. Nur noch in Sicherheit. Und jetzt kommt die Bundeswehr. Die Bundeswehr ist auf dem Weg zum Deich. Mit ihrem Straßenfaltgerät. Okay, dann noch viel Spaß. Kann man wohl nicht sagen. Am anderen Ende der Stadt können die Bewohner von Arnes schon aufräumen. Hier war die Schlei über die Ufer getreten. Inzwischen ist der Pegel gefallen. Man hat versucht zu schlafen nach zwei Uhr nachts. Und hat dann morgens, wenn es hell war, geguckt, wie weit ist denn die Schlei gefallen. Und das war auch schon der Startschuss dazu, dass man natürlich in den Garten geht und guckt, was hab ich, was haben die Nachbarn. Und dass man anfängt, schon mal Schubkarre und Mistforke zusammenzusammeln. Und dann ging das eigentlich kontinuierlich los. Am Deich hilft die Bundeswehr aus Husum. Verlegt zwei Faltstraßen, damit hier so schnell wie möglich schweres Gerät zum Deichbruch kommen kann. Nicht nur in Kiel-Schilgsee gibt es nach der Jahrhundertflut ein böses Erwachen für so manchen Bootseigner. Alleine im Olympia-Hafen sind 40 Yachten gesunken. Viele weitere stark beschädigt. Wer keine Vollkaskoversicherung für sein Boot abgeschlossen hat, wird den Schaden und die Bergung aus eigener Tasche zahlen müssen. Einer der größten deutschen Yachtversicherer, die Hamburger Pantenius, rechnet mit 400 beschädigten oder gesunkenen Yachten in Schleswig-Holstein. An den Hotspots gibt es mindestens 30 Prozent Totalverluste. Die Lage ist für uns ja fast apokalyptisch, kann man sagen. Im Gegensatz zu 1989, wo wir einen Hotspot hatten in der Marina Wendorf, haben wir jetzt die Schäden verlagert auf verschiedenen Standorten. Wir haben in Heiligenhafen, Wendorf viele Schäden, wir haben hier in Schilgsee viele Schäden, in Damp riesige Schäden, Marsholm, einen Haufen gesunkene Schiffe in der Flensburger Förde. Dazwischen noch in kleinen Standorten, einzelnen Stegen, wo Schiffe gesunken sind. Das gilt es jetzt aufzuräumen. Aufgeräumt werden muss auch an den Stränden und in den Häfen. Im Sportboothafen Kiel-Schilgsee sind zahlreiche Stege völlig zerstört, so auch Wasser- und Elektroleitungen. Sportboothafen-Chef Philipp Mühlenhardt rechnet allein im Olympia-Hafen mit Kosten in Millionenhöhe. Tatsächlich ist es so, dass wir unsere Steganlagen nicht versichert haben. Die Prämie für die Versicherung von Steganlagen, die wäre derart hoch, dass wir bewusst in Kauf genommen haben, dass es mal einen Schaden gibt, den wir dann einfach aus dem Cashflow dann auch bezahlen. Mir ist nicht bekannt, dass irgendein Hafenbetreiber seine Anlagen tatsächlich versichert hat, weil diese Versicherung, diese Absicherung gegen Naturgewalten, die ist derart teuer, dass sich für uns die Frage nicht gestellt hat. 5000 Euro Versicherungsprämie im Monat hätte er in Kiel zahlen müssen. Pro Tag werden nun ein bis zwei Yachten geborgen. Klar ist, der in den 70er Jahren gebaute Olympia-Hafen hat so, wie er vor der Jahrhundertflut war, keine Zukunft mehr. Wir müssen das Thema Klima in unseren Häfen, in allen unseren Häfen, nicht nur in Scheksee, wir müssen das Thema Klima tatsächlich komplett neu denken. Also wir fangen jetzt schon an, da wo wir Stege neu bauen, dass wir die um 20 Zentimeter erhöhen. Ob 20 Zentimeter am Ende ausreichend sind, das wird sich dann noch zeigen. Die Hilfsbereitschaft war überwältigend. Also unsere Hafenmeister sind versorgt worden mit Kuchen und Brötchen rund um die Uhr. Und wir haben Freiwillige gehabt, die mitgeholfen haben, das Wasser zu reinigen vom Seegras, wo sich auch immer noch Plastik drin befindet. Das war auch eine sehr angenehme Begleiterscheinung, die mich echt zu Tränen gerührt hat. Aber die, die dann eben tatsächlich mit Kinderwagen, Kind und Kegel über den Steg gelaufen sind, um ein paar Fotos zu machen, das war schon erschütternd. Die sich teilweise auch in Gefahr begeben haben, weil die Steganlagen eben nicht mehr vollkommen trittsicher sind. Seine Hoffnung, ein funktionierender Hafen bis zum Start der Kieler Woche im Juni kommenden Jahres. Getroffen hat die Sturmflut auch viele Campingplätze an der Küste. Blick auf die Ostsee, Traumlage direkt am Wasser, während der Jahrhundertflut Albtraumlage. Auch auf dem Campingplatz langweilig auch. Marleen Voss betreibt hier mit ihrem Mann ein Hotel und Restaurant. Es kam durch die Wände, durch die Gullis als erstes hoch, bevor es überhaupt durch die Türen durchkam. Also wir sind dann spätabends im Dunkeln noch nicht ohne Gefahr, haben wir dann das Grundstück hier verlassen und sind dann nach Hause, da war nichts mehr zu retten. Und konnten erst am nächsten Tag, als es wieder hell war, hier schauen, was denn das alles angerichtet hat. Vor Corona hat das Ehepaar 50.000 Euro in die Küche gesteckt. Versichert ist hier nichts, sagen sie. Hochwassergebiet. Jetzt gerade Katastrophe. Ausblenden, ausblenden, machen und dann weitergucken. Jetzt ist erstmal nur wichtig, alles, was wir retten können, zu retten. Und dann müssen wir, den Rest muss parallel irgendwie laufen, keine Ahnung. Wissen wir noch nicht. Was den beiden hilft durchzuhalten, die Hilfe von Freunden und Nachbarn. Musst du irgendwie weitergehen? Genau, wir haben viele, die Essen gebracht haben, die Trinken gebracht haben, Kaffee. Vom Campingplatz ist nicht viel übrig geblieben. Jan Preben Arnold hat den Betrieb erst dieses Jahr von seinem Vater übernommen. Meine Elektrik, die ich gerade neu gemacht habe, dieses Jahr ein Großteil, ich bin immer am Sanieren, ist alles kaputt gegangen, abgesoffen. Das muss ich komplett neu machen. Mach ich auch immer in Selbstarbeit. Also das ist da, meine Winter sind sowieso sehr lang für mich und das wird jetzt ein sehr viel längerer. Ich habe alles, was ich an Wasserschäden gehabt habe jetzt hier, die sind abgerissen, die Leitung. Ich muss alles aufgraben, gucken, wo sind die Sachen kaputt. Aber erst mal die Wohnwagen wegschaffen. Ein paar sind noch zu retten, aber rund 70, einfach nur Schrott. Aber es ist ein Neuanfang für mich, wirklich kompletter Neuanfang. Das muss zusehen, dass ich den Betrieb hier außen einigermaßen entgangen habe, dass ich normal öffnen kann am 1.4., wie wir es immer haben und ein Büro habe. Und der Rest wird Stück für Stück kommen. Also das ist so mein Ziel zurzeit und da kämpfen wir auch drum, dass wir einfach weiterbleiben können. In Arnes kennt jeder jeden und jeder kennt jemanden, der irgendwie helfen kann. Ohne Hilfe würden sie ihren Deich nicht wieder geschlossen bekommen. Dafür brauchen sie vor allem Sand. Hier helfen etliche freiwillige Feuerwehren aus Schleswig-Holstein. Und die Bundeswehr. Die bringt die Riesensandsäcke zum gebrochenen Deich. Wie man so einen Deich am besten wiederherstellt, das wissen sie beim Landesbetrieb für Küstenschutz Nationalpark und Meeresschutz Schleswig-Holstein. Ein Deichfachberater ist in Arnes. Erstmal flicken sie den Deich provisorisch. Ich habe schon ziemlich gar nichts erwartet. Ich habe ein Foto gesehen, der Deich ist gebrochen. Wir sind hier angekommen und haben uns auch erstmal vorgetastet. Also wir haben auf der Grundlage, dass wir mit dem Bagger mal geschaut haben, wie tief ist es denn ungefähr. Wir haben eine grobe Massenermittlung mal gemacht, damit wir wissen, was brauchen wir denn mindestens hier. Wir gehen aktuell so von rund 700 Kubikmetern aus. Das heißt, 1400 von diesen Big Packs werden wir da reinbringen müssen. Solange das Loch nicht geschlossen ist, ist Abpumpen sinnlos. Deshalb stehen Teile der 300-Einwohner-Stadt auch Tage nach der Jahrhundertflut noch unter Wasser. Auch das Haus von Ralf Timm. Wir brauchen im Moment ganz klare Perspektive, finanzielle Unterstützung. Wir haben das Haus vor fünf Jahren gekauft. Also wir haben dann noch eine Riesenschulden. Also vorher konnte man sagen, okay, wir haben keine Schulden, weil wir das Haus als Wert haben. Das haben wir jetzt aber nicht mehr. Die Lotseninsel Schleimünde ist mehr als ein beliebtes Ausflugsziel und erster sicherer Hafen in der Schlei. Vor 15 Jahren hat die gemeinnützige Stiftung Lighthouse Foundation die Insel vom Bund ersteigert. Millionen in den Erhalt investiert. Das Ziel, junge Menschen im Lotsenhaus für den Schutz der Meere zu begeistern. Nach der Jahrhundertflut ist das nun nicht mehr möglich. Erste Schadensaufnahme mit einem Ingenieur für Wasserbau im Auftrag der Foundation. Philipp Zylsdorf kennt die Lotseninsel gut, setzt sich auch privat seit Jahren für ihren Erhalt ein. Man hat dann versucht im Deichbau oder in der Ufersicherung eine Schicht zu schaffen, wo das Wasser eben nicht das lose Material rausziehen kann. Es ist halt hier diese Wasserbausteine vergossen und dann hier oben eine bindige Lehmschicht eingebaut. Und wenn das jetzt aber alles weg ist, ist mit dem nächsten Sturm das Material, was hier sonst liegt, eben auch weg. Deswegen müsste hier unbedingt sofort was passieren. Das hier ist die Stromversorgung für den Pegel vom Wasser- und Schifffahrtsamt. Und die ist nicht einfach irgendwie hochgekommen, sondern die lag tief vergraben. Und das alles, was da drüber lag, ist einfach weg. Hier war ja früher auch Strand, hier sind Puhn gewesen, alles einfach abgetragen. Der Experte für Küstenschutz hat bereits nach der letzten Sturmflut vor vier Jahren mehr Schutz vom Land gefordert. Vergeblich. Die Fahrgründung ist immer noch da, die Aufhängung landseits auch, aber die Verbindungsmittel hat es einfach rausgerissen. Und das sind ja nun keine Kleinen hier. Im Lotsenhaus sollten jetzt eigentlich Schüler der Ostseeschule Flensburg eine Segelfreizeit verbringen. Versorgt werden die Besucher sonst über die Giftbude, ein kleines Restaurant. In der Saison betrieben auch von Menschen mit Handicap. Doch an mehrnahen Unterricht ist nun nicht mehr zu denken. Dieser Ort und die Lage von dem Ort ist schon relativ einzigartig. Dass man eben den Wasserzugang hat, gleichzeitig das Naturschutzgebiet drumherum und wir hier in einem ganz eigentlich geschützten Raum und hoffentlich irgendwann auch wieder geschützten Raum eben mit Kindern und Jugendlichen inklusiv arbeiten können. Die mehr als einen Meter dicke Schutzmauer vor dem Lotsenhaus, löchrig wie ein Schweizer Käse. Wenn das nicht schnell repariert oder gesichert wird, dann wird die Mauer auch hier an der Stelle einbrechen, so wie sie es da vorne getan hat. Aber wir haben an der ganzen Küste das Problem, dass wir große Schäden haben und wo kriegen wir jetzt so schnell jemanden her, der das alles instandsetzen kann und das bei den Bedingungen. Und die Sturmflutsaison hat gerade erst begonnen. Jede Ostwindlage kann erneut zur Gefahr werden. Bei 60 Zentimeter waren wir ja vorhin schon hier in der Tiefe. Und die Steine, die da hinten liegen, sind ja zum Teil gar nicht von der Mauer, sondern auch von der Uferbefestigung. Also es wird ja noch nicht mal reichen, wenn wir das in dem Stil wieder aufbauen. Wir müssen ja irgendwas haben, was uns besser schützt vor den zukünftigen Stürmen. Wenn wir die Lotsenhausen richtig geschützt hätten und hier eine Erhöhung hätten, die eine Sturmflut, die den Zufluss in die Schlei dadurch auch drosseln kann, dann haben wir natürlich auch eine Verzögerung darin, wie schnell das Wasser in der Schlei ansteigt, zumindest für Kappeln und Arnes und Olfenitz Dorf hier was holen. Dann hätte man weniger Welle und zum Zweiten eine Verzögerung darin, wie schnell das Wasser einfließt und somit dann auch mehr Zeit, sich im Zweifel vorzubereiten. Also wenn man die Schlei versuchen will zu schützen oder die innere Schlei, dann müsste man eigentlich hier anfangen. Ob die Lighthouse Foundation weiterhin an der Lotseninsel festhalten kann, ist zum jetzigen Zeitpunkt völlig unklar. Die Schäden sind einfach zu groß. Es ist eine große Herausforderung, das finanziell zu stemmen. Und das werden wir nicht als Stiftung alleine tun können. Und da braucht man auch im Grunde genommen den politischen Willen und die Vision, was man dann eigentlich hier gegen Meeresspiegel ansteht, tun kann. Bis auf Weiteres herrscht Betretungsverbot auf der gesamten Insel. Es ist einfach zu gefährlich. Als wäre nichts gewesen. Friedlich schwappt die Schlei in Schleswig an das Ufer der Fischersiedlung auf dem Holm. Vor fünf Tagen bedrohten die Wassermassen Haus und Garten von Fischer Jörn Ross. In seiner Fischersiedlung wird niemand in der Not alleingelassen. Wir haben Gott sei Dank dank nachbarschaftlicher Hilfe, Bauunternehmen waren hier mit Löchern im Fußboden hauen, mit Pumpe reinstellen. Wir hatten zwar 70 Zentimeter vor der Tür, aber im Haus haben wir es auf zwei Zentimeter begrenzen können dadurch. Und die haben 14 Stunden hier Wasser geschöpft, ununterbrochen. Immerhin, da sind die Letzten hier gegangen, Samstagmorgen um halb zehn. Der Schrott wird bereits abgeholt. Aber nicht alles, was nach der Flut wie hier auf der Straße gelandet ist, ist Sperrmüll. Und dann Samstag waren wir am Ausräumen, stellst die Sachen vor die Tür, weil du ja irgendwo anfangen musst. Dann klauen sie dir die Sachen. Da haben wir den Kollegen das Rennrad, der steigt ja gerade auf, will damit wegfahren. Dem anderen mit dem Stand-Up-Paddler durch den Garten, klauen die Sachen aus dem Garten raus. Was ein paar Häuser weiter draußen liegt, kann niemand mehr gebrauchen. Vor einem Jahr wurde hier der Holzfußboden neu verlegt. Nun stehen die Eigentümer auf Lehmboden. Erstmal denkt man, okay, na, der Boden, wir trocknen den mal und gucken mal. Und das wird vielleicht nicht ganz so schlimm, wir konnten viel im Mobiliar retten. So, und dann merkst du, der Boden kommt hoch, es muss hoch. Und dann fängst du an und dann sieht das so aus. Dann kommt immer mal mehr zum Vorschein. Und dann wird der Schaden immer größer und größer. Und wir wissen ja, dass wir nicht versichert sind gegen Sturmflutschäden. Also von daher hoffen wir, dass das Land da ein bisschen unterstützt. Und dass wir von der Seite ein bisschen Unterstützung kriegen und vielleicht auch ein zinsgünstiges Darlehen. Aber ansonsten, denke ich mal, wird der Großteil davon Privatspaß sein. Der 89 Jahre alte Peter Hader hatte gerade seine Ehefrau beerdigt. Als er nach Hause kam, stand seine Wohnung unter Wasser. Wir kriegen das ja nicht getrocknet, Peter. Wir können das nur reinlegen bei den Trocknungsmaschinen. Ich würde sagen, lass uns das einen Augenblick noch behalten, bis das hier erledigt ist. 70 Zentimeter hoch stand das Wasser in seiner Mietswohnung. Sie ist unbewohnbar geworden. Nun sucht der Rentner eine neue Bleibe. Nachbarn helfen ihm beim Abtransport seiner durchnässten Sachen. Vieles davon, unwiederbringliche Erinnerungsstücke. Es muss alles neu gemacht werden. Der ganze Fließboden, es fährt alles. Und mein ganzes, ich sag immer, mein ganzes Leben für die Zähne. Die Flut hat ihre Spuren hinterlassen. Nicht nur in Schleswig, wo es auf den ersten Blick wieder so aussieht, als sei nichts gewesen. So zeigt sich auch die Förde in Flensburg. Land und Kommunen werden einen 200 Millionen Euro schweren Aufbaufonds einrichten. Die Hälfte davon will Ministerpräsident Daniel Günther vom Bund haben. Das, was jetzt ein Jahrhundertereignis ist, kann man heute nicht sagen, ob das nicht in den nächsten Jahren immer mal wieder passieren kann. Das Flensburger Hotel wäre jetzt eigentlich zu 90 Prozent ausgebucht. Der Herbst ist Hauptsaison. Statt Hotelgästen auf den Fluren, Trocknungsgeräte und Handwerker an jeder Ecke. Man sieht ja hier, wie das Wasser da ist. Es ist ja immer noch alles ganz feucht. Hier sieht man das sehr, sehr schön. Ja, das muss man dann alles rausreißen, damit einem das Haus nicht weggammelt. Wir sind sehr optimistisch. Alle Gewerke funktionieren im Moment sehr gut und wir möchten wirklich im Dezember eröffnen. Ob es nun der 8.15.20. ist, ich möchte nur dieses Jahr beenden mit einer positiven Nachricht und mit einer positiven Situation und wir sagen einfach, wir sind wieder am Start. In Arnes hat der provisorische Deich seine Höhe zurück. Eigentlich wollte die Stadt ihr Feuerwehrgerätehaus neu bauen. Jetzt hat sie andere Probleme. Wir haben im Moment überhaupt keinen Überblick, was bereits an Kosten entstanden ist. und wir wissen auch noch nicht, was noch zusätzlich auf uns zukommen wird. Ich denke, den meisten wird klar sein, dass das weit darüber hinausgeht, was Deutschlands kleinste Stadt wird leisten können. Es sind uns Hilfen angeboten worden, pragmatische Hilfen, aber wie das tatsächlich am Ende finanziell auch für die Stadt Arnes aussehen wird, können wir heute noch nicht absehen. Die Pumpen laufen in Arnes, knapp eine Woche nach der Jahrhundertflut. Schleswig-Holstein wird noch monatelang aufräumen müssen. Arnes Norde Arnes Norde Arnes Norde Bis zum nächsten Mal.